Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. 4. Fruchtcup. Los gehts. Ausfahrt Amsterdam. Schöne Strecke, schöne Strecke. Ja, ich habe ein bisschen gewartet, bis das Picture Pack für Welle 4 fertig ist, aber muss zugeben, dass an einigen Stellen noch was verbessert werden muss. Aber gut, ZPL hat ja auch gesagt, er hatte einige Probleme mit der 4. Rückenwelle, sei ihm also verziehen, dass einiges noch nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Ja, sehr viel Grünen Amsterdam. Tja, zweite Runde führt in den Kanal. Also, mir machen die Strecken schon ziemlich viel Spaß. Muss ich zugeben. So, das war jetzt eine witzlose Kurve. So. 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 Als nächstes haben wir den Flussuferpark. Ja, wie gesagt, das Satchelpack ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Mal sehen, ob ZPL das Problem irgendwie gefixt bekommt. Für Welle 4. Die ersten 3 Wellen sehen ja ganz grandios so aus. Es gab ja auch schon eine Markatur. Tatsächlich bin ich schon gefahren. Die Markatur. Und ich liebe diese Strecke. Auch wenn die hart umgebaut ist vom Original. Ich sollte echt mal das Original spielen. Aber wir haben ja auch Markat V Custom Tracks. Und Markat DS. Stimmt, eigentlich müsste ich auch Markat V Custom Tracks mal wieder anschmeißen. Ist mir da aufgefallen. Wie gesagt, es ist noch 50. Es ist noch 50. Die werden aber auch noch 100, 150, Spiegel und 200 machen. Wie immer. Auch wenn ich noch nicht geübt bin in 200. Runde 3 im Fruchtcup. Wir haben die Kei Shikane. Von Mario Kart 3. Ist jetzt nicht gerade einer meiner Favoriten. Aber ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Übrigens. Mittwoch. Kommenden Mittwoch. Spielen wir das ganze auf Twitch online. Im globalen Raum. So. Ich bin jetzt nicht wirklich der Halfpipe Freund. Ich mache die Halfpipe schon mal Markat V nicht so. Ist zwar ein interessantes Feature, aber es dauert einfach zu ewig. Es zieht einfach Zeit die Halfpipe zu nutzen. Jetzt wo man die Halfpipe eingeführt hat, könnte man ja die alten Markat 8 Strecken mal nähen. Und ja, falls dort mal alle einfügen. Wo sie hingehören. Aber das glaube ich nicht, dass sie das machen werden. Weil ja. Die wollen jetzt nur die neuen Strecken. wie sie sind. Ja. Mit den ganzen. Was sag ich da eigentlich. Mann. Also wie gesagt. Nur die neuen Strecken werden jetzt die Halfpipe verwenden. Also dritte, vierte, fünfte und sechste Welle. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die fünfte Welle. Es soll ja noch eine einzige Essenes Strecke kommen. Und da könnte es entweder Geister teil geben. Eine weitere Geisterstrecke quasi. Oder es gibt Vanilla Lake. Was mich persönlich freuen würde. Weil wir hatten wirklich in den Haupt Mario Kart 3 noch keinmal Vanilla Lake gehabt. Auch wenn die Strecke wirklich sehr Basis ist. Und einfach nur ein Viereck. Ja. SNS Bowser Castle können wir gleich mal streichen. Weil das wird nicht funktionieren. Wird es nicht geben. Ja. Und wir kommen jetzt erstmal zur neuen Yoshi's Island Strecke. Interessant war. Ja diese Zickzackkurven nerven so ein bisschen. So welcher ist die nächste Strecke könnte noch kommen. Cooper Strand. Cooper Strand 2. Könnte auf jeden Fall noch möglich sein. oder Schuko Island. Mann. Entschuldige. Passiert mir meistens, wenn meine Nase kitzelt. FlorSt1. Und also mit potatoes enthalten und mit den Augen zu Person ist die SelectION. Und bitte durch meine Henrik und Wettentin zu stehen. Uhrwość. Auf jeden Fall. Of jeden Fall. Hoeri. Und das war ja auch immer alles Mit'saat sich. Ok? Nein. Du so wert ist. opioid ist egal. knew ich war ja auch immer noch mit последnellem oder in der Nähten welche sich ein. Betsy volunt集... blandosi den Kampond instance Ist bislang die längste Strecke von allen, aber gut, was willst du auch erwarten von 50? Hier sieht es ja auch ziemlich solide aus. Was ZPL hier gemacht hat. Und dann haben wir auch schon das Ziel. Das war der Fruchtcup im 50er. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bis dann. 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 Bis dann.